Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelt und dann behauptet, er hätte gemummelt, dass sie eine tolle Philosophin ist, und sie dann zugebt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen, und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Hoch, an der Stelle, das ist der Knapppunkt. Und der Knapppunkt ist der, dass sie nicht... Was steht da drin? Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Nein. Du kannst nichts dafür. Ich weiß. Ja, dann... Danke für alles, und viel Spaß. Ja, dir auch. Ja, danke. Komm doch noch kurz mit in die Bar. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020